Das Know-how, was sie mitbringen, ist halt so dermaßen groß. Wir sind eigentlich mehr Freunde als Trainer. Mit meinen Physios zu reden, gleichzeitig das Training zu gestalten, ist schon extrem viel wert. Aber ich sitze hier und unterhalte mich ohne Schmerzen, ohne gar nichts. Und dass zweieinhalb Monate nachdem mir eigentlich erklärt wurde, dass ich hätte querschnittsgelähmt sein können, also was das Trainingszentrum geleistet hat, ist unbeschreiblich. ARD Text im Auftrag von Funk